Shalom, Salam und der Friede unseres Herrn und Gottes Jesus Christus sei mit euch. Die Bibel, die gute Nachricht, die frohe Botschaft, das Evangelium Jesu Christi. Ich lese von der Offenbarung Apokalypse, Kapitel 1, Abvers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Glückselig, der liest, und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind. Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten. Und der Fürst der Könige, der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat, durch sein Blut und uns gemacht hat, zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu Willen. Ich wurde an dem, dem Herrn gehörenden Tag, im Geist. Und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie von einer Posaune. Die Sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden. Nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon. Und nach Thyatira und nach Psardis und nach Philadelphia und nach Laodicea, die heutige Türkei. Amen. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und in Mitten der Leuchter einen, gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand. Ich lese nochmals. Und in Mitten der Leuchter einen, gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand. Und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Schalhevet ja. Auf Hebräisch die Flamme jahs. Wie es im Buch des Hohen Liedes, des Lied, des Liedes, der Lieder von König Salomo steht. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. Vers 15 Und seine Füße gleich glänzendem Erz. Als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte. Und der Lebendige. Und ich war tot. Wurde tot. Ich wurde tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Das ist das Totenreich. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist, Was nach diesem geschehen wird. Es wird geschehen. Im Begriff steht zu geschehen. Amen. Was das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast, Und die sieben goldenen Leuchter betrifft. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Versammlungen. Und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Amen. Kapitel 2 Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält. Der in mitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren. Und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen. Und es nicht sind. Und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen. Um meines Namens Willen. Und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, Dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist. Und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir. Und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken. Wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hasst. Nikolaiten ist offensichtlich Anhänger einer Irrlehre. So auch Vers 15. Die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist Den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben. Von dem Baum des Lebens. Welcher in dem Paradies Gottes ist. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, Dies sagt der Erste und der Letzte. Der Tod war. Der starb. Und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden. Und es nicht sind. Sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Zu leiden im Begriff stehst. Siehe, der Teufel. Der Teufel. Der Teufel. Wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Steht im Begriff, einige von euch ins Gefängnis zu werfen. Damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben, zehn Tage. Seid treu bis zum Tod. Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre. Was der Geist. Der Geist. Der Geist. Wer ein Ohr hat, höre. Was der Geist. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden. Von dem zweiten Tod. Amen. Vers 12. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe. Dies sagt der, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst. Wo der Thron des Satans ist. Und du hältst meinen Namen fest. Und hast den Glauben an mich, meinen Glauben nicht verleugnet. Auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt. Aber ich habe ein Weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Biliams festhalten. Der den Balak lehrte, einen Fallstrick, einen Anstoß zur Sünde vor die Söhne Israel zu legen. So dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht, Hurerei, trieben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Du nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich zu dir. Bald, schnell, und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Amen. Vers 18 Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, Dies sagt der Sohn Gottes. Der Augen, seine Augen hat wie eine Feuerflamme. Und Füße, und seine Füße sind gleich glänzendem Erz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, Die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tut. Und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis, Wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Das heißt Isabels Werken. Amen. Vers 23 Und ihre Kinder, das heißt Isabels Kinder, Werde ich mit dem Tode töten. Wahrscheinlich eine tödliche Seuche. Und alle Gemeinden werden erkennen, Dass ich es bin, Der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Euch aber sage ich, Den übrigen in Thyatira, Allen, die diese Lehre nicht haben. Welche die Tiefen des Satans. Welche die Tiefen des Satans. Wie sie es nennen, Nicht erkannt haben. Puh. Wie sie sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich lese nochmals ab Vers 24, 24 24, 24 24, 7 24 Stunden hat der Tag Ich freue mich schon ab Kapitel 4, da kommt die 24 auch vor, wo wir entrückt werden, Kapitel 4, Amen Kapitel 2, Offenbarung, Vers 24 Vers 24 Ich werfe keine andere Last auf euch, Amen Doch was ihr habt, haltet fest, haltet fest Bis ich komme, Amen Unser Herr Jesus kommt Vers 25 Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt 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 Dieses Wort bewahren würde ich gerne nochmal angucken Aber da ist keine Konkordanz jetzt hier, das machen wir irgendwann mal Bewahren Weil der Herr hat gesagt Wer ist es, der mich liebt Der meine Worte bewahrt Bewahrt In den Evangelien steht das, das muss man mal nachforschen Herr Libi Sie können das nachforschen Und Abdul Memra Und Pfarrer Olaf Latzel Und Pfarrer Wolfgang Wegert Und Pastor Christian Wegert Schöne Grüße Dem werde ich Macht Vollmacht Über die Nationen geben Und er wird sie hüten mit eisernem Stab Wie Töpfergefäße zerschmettert werden Amen Wie auch ich von meinem Vater empfangen habe Und ich werde ihm den Morgenstern geben Wer ein Ohr hat Die rechte Ohr Am rechten Ohr Da musste man auch immer Blut dran machen Am rechten Ohr Am rechten Daumen und am rechten Zeh Musste man sich immer identifizieren Musste man sich immer identifizieren Mit Blut Im alten Bund Nochmals Vers 29 Wer ein Ohr hat Höre Was der Geist Den Gemeinden Sagt Amen Kapitel 3 Offenbarung Die Bibel Die Bibel Die frohe Botschaft Die gute Nachricht Das Evangelium Jesu Christi Welche Gott Der Vater Der Sohn Der Heilige Geist Dem Sohn des Menschen Jesus Christus Gab Der ewige Sohn Gottes Der ewige Sohn Gottes Wir sind in der Offenbarung Apokalypsis Apokalypse Kapitel 3 Ab Vers 1 Und dem Engel Der Gemeinde In Sardes Schreibe Dies Sagt der Der die sieben Geister Gottes Und die sieben Sterne Hat Amen Ich kenne Deine Werke Dass du Den Namen Hast Du hast Den Namen Dass du lebst Und bist Tot Wach auf Und stärke Das Übrige Das im Begriff Stand Zu sterben Denn Ich habe Vor meinem Gott Deine Werke Nicht als völlig Befunden Denke nun Daran Wie du Empfangen Und gehört Hast Und bewahre Es Und tue Buße Tue Buße Amen Kapitel 3 Abvers Wir lesen Abvers 3 Wieder Kurze Pause 1 2 3 2 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 3 Vielen Dank. 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 Ah, hallo. Ab Kapitel 3 lesen wir nochmals. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe. Dies sagt der, denn ich habe, habe vor meinem Gott, nicht wissen, Vers 5, Wer überwindet, höre, was der, 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 der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, gebe dahin, Leute aus der Synagoge des Satans. Von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern Lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom Harren auf mich, von meinem Ausharren bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde, der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Im Begriff steht, über den ganzen Erdkreis zu kommen. Amen. Amen. Um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Ich komme schnell. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nimmt. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes. 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 Den Namen mit patents. Den Namen meines Gottes. Den Namen talent. Ba, Ba, Elohim, Tse, Ba, O. Der Name meines Gottes, der Name meines Gottes, Yahweh, Tse, Ba, O. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe. Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen. Und schließt und niemand wird öffnen. Amen. Nein. Danke, Herr Jesus. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe. Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, Herr Jesus, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen. Und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern Lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe, weil du das Wort vom Harren auf mich, von meinem Ausharren bewahrt hast. Werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Im Begriff steht, über den ganzen Erdkreis zu kommen, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Ich komme schnell. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nimmt. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes. Im Tempel meines Gottes. Im Tempel meines Gottes. Es ist nicht mein Gott. Und wenn ihr so zehn Minuten oder eine Viertelstunde mal aufhören könnt, ist es möglich? Zu einer Säule machen. Kannst du mich verstehen? Ich verstehe sie. Ich lese aber noch weiter. Und er wird nie mehr hinaus. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes. Und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt. Und wir fühlen uns alle belästigt von Ihnen. Und meinen neuen Namen. Wenn Sie beten und predigen möchten, machen Sie das bitte in der Kirche, nicht hier in diesem Park. Aber ich lese schon seit 49 Minuten. Jetzt reicht es auch, weil wir... Aber ich lese schon seit 49, 50 Minuten. Deswegen sagen wir jetzt, bitte unterlassen Sie das. Die Leute laufen schon weg. Die möchten ihre Ruhe haben. Aber es hat sich keiner bei mir beschwert. Deswegen sind wir jetzt hier. Wir haben uns das eine ganze Weile angehört. Und jetzt möchten wir Sie bitten, das aufzuhören. Aber dann, ich habe das Recht, ich habe das Recht hier öffentlich... Nein, Sie haben nicht das Recht, solche Sachen als hier zu bringen, wenn andere sich... Ja, Sie möchten Ihre Ruhe haben. Also ich habe mich erkundigt beim Ordnungsamt. Aha, gut. Und die haben mir gesagt, dass ich ohne Ankündigung... Aber wir fühlen uns von Ihnen belästigt. Wir möchten das nicht. Ihre Rechte hören da auf, wo die Rechte anderer tangiert werden. Genau. Unser Recht ist, dass wir jetzt Ruhe haben. Ja, bitte auch. Dann werde ich jetzt aufhören. Das ist sehr nett. Aber der Herr Jesus Christus segne Sie. Ja. Amen.